Hallo, ich bin Markus von den Physikanten und ich hatte gefragt, was passiert, wenn man diese Dominokette in Gang setzt. Wobei die Abstände, genau die Kantenlänge eines Steins sind plus zwei Millimetern. Probieren wir es doch einfach mal aus. Jetzt wird es ernst und aufgepasst. Yes, wow, happy. Das ist gar nicht so einfach aufzubauen, liebe Leute. Ja, aber ich bin total happy. Im Phäno könnt ihr solch ein Experiment auch ausprobieren, eine Dominokette. Dort geht es um exponentielles Wachstum. Mit einem klitzekleinen Dominostein könnt ihr dort einen riesengroßen Stein zum Fallen bringen. Das war es jetzt hier erstmal zum Thema Dominokette. Domino, viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.